Die hierzu erwerbende gut gepflegte 3,5 Zimmer-Hochpaterwohnung befindet sich in Köln-Rodenkirchen. Die Immobilie wurde 1974 erbaut und wird über eine Fernberne-Etagenheizung beheizt. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer, einen Keller sowie zwei Tiefgaragenparkplätze. Die Hochpaterwohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 86 Quadratmetern. Der Kaufpreis der Immobilie beläuft sich auf 250.000 Euro. Wir freuen uns Sie näher zu informieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017